So, jetzt testen wir das CB-Funkgerät, was etwas neuer ist, oder was heißt etwas neuer, etwas besser. Hat mehr Sendeleistung, länger Antenne und wir testen das jetzt wieder auf der bekannten Wiese. Um die Reichweite zu testen, habe ich ein Gerät, das über GPS mir die Distanz anzeigt zum Robert. Ja, der Robert hat ein normales Intec-Hafen von der 12 Handfunkgerät, dabei mit einer etwas sehr kurzen Sendeantenne, die aber original bei dem Gerät dabei war. Und dann schauen wir mal, wie weit das Ganze so geht. Der Sender ist ohne IC, das ist das Funkgerät, meine ich. Ja, das Funkgerät ist komplett ohne integrierte Schaltkreise und dann können wir das ja mal testen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache, handtechnisch. So, scheint das, ja, da ist das, ich habe das Problem, dass das Funkgerät dann auf dem GPS-Modul drauf ist. So, ach, jetzt ist das Gegengewicht abgegangen. Moment, da gucken wir mal. Gib mir das mal. Dankeschön. Ich habe mal schon gewundert, warum es leise wurde auf einmal. Jetzt ist das Gegengewicht wieder angesteckt. Ich tue es aber irgendwie mal dahin, damit es nicht runterfällt. Okay, dann gehe ich mal los. Okay. Ab 50 Meter sage ich Bescheid. Okay. Okay. Und Gewitter hört man ganz leicht. So, das sind jetzt 50 Meter. Robert, hörst du mich? Jo, einwandfrei, einwandfrei, toll. Ich höre dich auch, einwandfrei. Jo, super. Nur, wie gesagt, bei dem Funkgerät, was du hast, du musst auf die Senden-Taste drücken, ungefähr eine Sekunde warten oder eine halbe und dann sprechen, weil sonst ist dein Satz abgehakt. Okay, ich habe seine Taste gedrückt jetzt. Ja. Wunderbar, so gehört sich das. Jo, da muss ich mir angewöhnen, mir Geduld zu haben. So, jetzt sind wir 100 Meter auseinander. Ich verstehe dich noch einwandfrei. Jo, ich dich auch noch einwandfrei. Super. 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 So, jetzt sind wir 150 Meter voneinander entfernt. Jo, bei mir geht es noch einwandfrei. Also, echt toll. Du bist jetzt in der Multifast verschwunden, weil da geht es nach unten und, ah, jetzt kommt sie wieder hoch. Und, wie hörst du mich? Eins, zwei, drei, Test. Ich höre dich einmal frei. Das ist toll. So, jetzt sind wir bei 200 Meter Distanz. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Nicht, dass hier die Kamera, mit der ich filme, dann sich ausschaltet, weil die Speierkarte voll ist oder die Akkus leer sind. Ich habe die Fürchte, wer hier jetzt da ist. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Ja, okay. So, jetzt sind wir 250 Meter auseinander. Jo, bei mir geht es einwandfrei. Ich sehe dich kaum noch. Ich glaube, ich versuche mal zu zoomen, ob das geht. Ja, ich kann zoomen, aber nicht so gut mit der Handykamera, aber es funktioniert. Jetzt müssen wir 250 oder 300 Meter sein. Hast du mitgezählt, es ist 250 oder 300? Wir müssen 250 sein. Wir waren eben bei 200. Ja, okay. Ich war eigentlich die Aufgabe, hätte das zu sagen. Naja, also 250 Meter. Jo, super. Wobei ich denke, dass ihr, du mich dann irgendwann nicht mehr hören wirst, weil ich nur eine kurze Antenne am Handfunkgerät habe. Momentan höre ich dich noch sehr gut. Jetzt habe ich schon die 300 Meter, wenn es überschritten. Jo, 300 Meter, noch sehr gut. Ja, ich habe mir bei dir ein bisschen Wind gereicht. Scheinbar ist es bei dir sehr windig. Ja, die Sonne ist weggegangen und der Wind ist ein bisschen, geht ein bisschen da. 250 Meter. Jo, einwandfrei noch, ohne Rauschen. Ich verstehe dich auch gut, aber ein bisschen schwach ist. Du hast vorhin deine kurze Sendeantenne liegt. Jo, die Sendeantenne ist einfach, ja, für CP zu kurz. Na, angepasst ist sehr recht gut. Vom Stehwellenverhältnis her, da kann man nichts sagen. So, jetzt müssten wir bei 400 Meter sein, wenn wir jetzt 350 Meter schon gehabt haben. Jo, bei mir kommst du noch einwandfrei an, ohne Rauschen, einwandfrei, erstklassig, super. Ja, ich verstehe dich auch noch ziemlich gut. Also wir sind jetzt bei 400 Meter, oder? Ja, wir sind bei 400 Meter. 450 Meter, 450 Meter. 450 Meter geht einfach super, geht super noch. Ich seh dich fast nur noch als Punkt. Da müssten wir gleich bei 500 Meter sein. Aber ich glaube, dass Stefan lange gehen kann, und wenn, dann würde er den Empfang abreißen. Dass Stefan mich nicht mehr hört. So, jetzt haben wir etwas über 500 Meter, ich würde sagen, wir brechen den Test ab. Also stehe ich bei den Nachbarnhäusern da im Garten. Also etwas über 500 Meter haben wir jetzt. Ja, bei mir kommst du noch einwandfrei rein. Bei mir wirklich noch einwandfrei, ohne Rauschen, ohne wirklich Radio 5, top. Ja, ich verstehe dich auch. Okay, dann komme ich wieder zurück. Okay. Okay. Okay, gleich war der Test beendet. Wir sind bei 500 Meter. Etwas über 500 Meter, unklappt wunderbar mit dem Selbstbau vom Gerät.